Füge Gegner bei Orientierungspunkten Schaden zu, also verwechselt nicht die Orientierungspunkte mit den benannten Orten. Ihr müsst zu den Orientierungspunkten hin und nicht zu den benannten Orten. Insgesamt müsst ihr 500 Schaden an Gegner verursachen, ihr könnt aber auch Schaden an Handlangern verursachen. Ich blende euch hier die ganzen Orientierungspunkte ein. Sobald ihr an Gegner oder Handlanger 500 Schaden verursacht habt, habt ihr die Aufgabe erledigt.